Es ist eine verdammte Kiste und hier können wir endlich Sachen Wow, hier ist sogar schon Sachen drin. Okay, das ist natürlich super. Auf jeden Fall, das werden wir jetzt erstmal einlagern. Den Schlüssel behalten wir vielleicht nochmal. Das können wir einlagern. Das können wir einlagern. Und die Munition können wir eventuell auch einlagern. Somit haben wir nochmal unser Messer dabei. Wir haben unsere Pistolenmunition dabei. Wir können auf jeden Fall somit auch endlich wieder Sachen mitnehmen. Was ist das? Treibstoffkanister mitnehmen. Okay. Den werde ich jetzt auch gleich erstmal wieder da reinpacken. Okay, guck mal, das Ding ist aber leer. Ich glaube, wir packen erstmal alles, was wir jetzt nicht unbedingt gerade brauchen, da rein. Wir könnten jetzt auch theoretisch einmal... Ja, lass uns auch einmal schnell... Schnell... Schwischenspeichern. Weil wenn ich jetzt nämlich nicht speichere, gehen wir nämlich wahrscheinlich gleich drauf. Denn ich bin so gut wie tot. Und wenn ich jetzt drauf gehen würde, wäre noch der komplette Fortschritt vom letzten Mal vollkommen flöten gegangen. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Möglichkeiten. Weil ich weiß, wo relativ viel Heilzeug steht. Und ich weiß auch, wo noch Speicherbänder zum Beispiel liegen. Die Speicherbänder können wir zum Beispiel auch wieder wegpacken. Erste Hilfespray können wir theoretisch mitnehmen. Und wir sollen mal voll machen mit Leben. Da haben wir zum Glück vorher gespeichert, weil so das nicht nötig ist. Ich weiß nicht, ob das komplette Leben wieder auffüllt. Ich meine schon. Ja, guck, und wir waren kritisch. Das war schon gut. Wir finden jetzt nämlich auf dem Weg relativ viel Healzeug. Plus ein Zombie, den wir gleich platt machen müssen. Hier wird auch gleich einfach dran vorbeigerast. Machen wir ihn jetzt platt. Der steht nämlich da draußen. Puh. Es geht auf jeden Fall wieder voran. Ich wusste doch, dass es diese Truhen gibt. Die gab es schon im zweiten Teil. Und ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass es die im ersten Teil gibt. Aber wow, habe ich dafür lange gebraucht. So. Diesen scheiß Raum. Hier unten. Hier unten war nämlich dieser Kack-Kack-Zombie. Okay. Der steht nicht mehr auf, oder? Das Boot ist immer noch nicht aus dem rausgekommen. Okay. Wenn man den Kopf anscheinend wegballert, dann kommt das Blut da nicht nochmal raus. Interessant. Ähm. Ja. Wir kommen auf jeden Fall so jetzt wieder ein bisschen besser voran. Wir haben wieder volles Leben. Wir haben ein freies Inventar. Ähm. Wenn wir das grüne Kraut gleich wegpacken. Dann... Nein. Oder? Warte mal. Hier oben war, glaube ich, nochmal ganz viel Kraut. Ich weiß nicht, ob das hier in dem Gang war. Auf jeden Fall in irgendeinem Raum waren noch ganz viele Kräuter, die ich alle nicht mitnehmen konnte. Im Grunde genommen, weil mein Inventar voll war. Und auch die Speicherbände. Und auch das Feuerzeug. Und das Ganze. Ja. Guck mal. Hier sind die Kräuter. Die stecken wir jetzt erstmal ein. Ja. Auch mitnehmen. Ja. Und jetzt haben wir nochmal ein rotes Kraut. Das rote Kraut alleine bringt nichts. Daher können wir im Grunde genommen das rote Kraut einmal gleich kombinieren damit. Das heilt uns jetzt natürlich besser als ein so ein grünes Kraut. Ähm. Ja. Gut. Was machen wir jetzt am besten? Es geht auf jeden Fall weiter. Ich weiß immer noch nicht, wie wir rätselmäßig jetzt weiterkommen. Vielleicht können wir uns irgendwo noch ein paar Türen öffnen. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal spielerisch deutlich weiter. Weil ich endlich weiß, was wir jetzt hier machen konnten. Hier kommen wir immer noch nicht durch, oder? Nein. So, den Schlüssel behalten wir aber auf jeden Fall gleich. Ich würde da mal gerne noch ein bisschen was wegbringen. So, dann hier eigentlich gleich hier oben weiter oder alles unten? Ich glaube, wir müssen unten komplett weiter. Ich habe den Raum halt auch so nicht gesehen, weil dieser Kronleuchter einfach davor war. Und ich einfach so panisch vor dem Zombie einfach nur noch weggerannt bin. Deswegen ist mir nicht aufgefallen, dass hier nämlich halt noch ein Raum ist. Und dass wir hier... Halt... Das ist, glaube ich, auch der einzigste Raum. Oder vielleicht gibt es noch einen Raum. Wo man halt verdammt nochmal an so eine Kiste ran kann. Und Zeug einlagern kann. Hier kommt jetzt grünes Kraut hin. Wir nehmen einfach das mal... Lass uns das mal im Inventar behalten, falls wir irgendwie Leben auffüllen müssen. Warte mal. Ne, 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 ne. Ich will nicht speichern. Aber halt... Na, da war doch so ein Benzinkanister. Kann man in dem Benzinkanister vielleicht dieses Fläschchen wieder auffüllen? Oh. Ich weiß es nicht. Oh. Okay, jetzt gehen wir auf jeden Fall... Ja, okay. Hier konnte man... Oh, die Tür ist jetzt kaputt. Wir können nicht mehr durchgehen. Ah, okay. Das heißt, es hatte doch einen Sinn, dass das kaputt geht. Ich weiß noch nicht genau welchen. Ne, oder? Warte, wir haben jetzt nochmal die Tür aufgeschlossen. Okay, das heißt, wir kommen hier nochmal irgendwo raus. Ich weiß, dass wir gerade eben nämlich oben rausgekommen sind. Ich weiß nicht, ob wir jetzt oben wieder reingehen können, damit wir oben dann wieder da zurückkommen. Äh, wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? Ist das der Raum mit der blauen... Also, wo man ankommt von der blauen oder von dem Esszimmer? Ah, hier ist das Grammophonzimmer. Hier haben wir noch Zeug zum Mitnehmen. Die Seiten sind leer. Hier haben wir nämlich das Feuerzeug. Einfach mal mitnehmen. Und hier war noch irgendwas. Die Hundepfeife. Wo war denn die Hundepfeife nochmal? Da, nach vorne liegt sie, oder? Ja. Oh. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand je es finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wird er... Äh, wie etwa dem bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Stock an der Westseite der Terrasse und hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesem verfluchten Hund herankommen kann. Ohne zerfleischt zu werden. Nur sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das sie Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur ihnen anvertrauen. Natürlich sollen sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegensatz zu, für ihre Hilfe könnte ich es für sie beschaffen. Das ist für uns beide ein Vorteil. Was ist denn hier los? Aber warte mal. Man muss an den Hund, der an diesen Hund verfluchten, herankommen, ohne zerfleischt zu werden. Nun können sie ihm das Halsband anlegen. Aber ein Halsband habe ich noch nicht. Aber war das vielleicht draußen, da wo man den Hund gehört hat? Das wäre vielleicht noch eine Überlegung. Warte mal. Könnte man da noch weiter? Ja. Jetzt können wir aber theoretisch durch beide Gänge weiter. Weil beide enden eigentlich in diesem Gang. Beide dieser Wege. Ja. Warte mal. Hier ist auch noch eine Treppe, wo es wieder runter geht. Achso, naja. Stimmt. Hm. Warte. Wenn ich hier lang laufe, dann komme ich oben wieder raus. In der Mitte. Lass uns da nochmal hin. Wir haben auf jeden Fall jetzt größtenteils alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Haben wir jetzt überhaupt eigentlich noch ein Inventarplatz frei? Einen, glaube ich, ne? Ah. Okay. Nein, wir könnten jetzt gucken. Warte mal. Wo war nochmal dieser Raum, wo der Hund gekommen ist? Das war draußen so halbwegs, oder? Da können wir das hier vielleicht jetzt aufmachen? Nein. Weißt du, dass draußen halt dieser Hund da gekommen ist, wo ich dann einfach abgehauen bin. Und ich glaube, dass wir da halt die Hundepfeife benutzen werden können. Das würde zumindest Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Und das wüsste ich nicht genau, wie wir da sonst weiterkommen. Äh? Bin ich jetzt schon wieder zurückgelaufen? Ich vollidiot? Ja. Ich will in diese Richtung und dann will ich gleich links. Mann ey, dass diese Kameraperspektive immer so rechts-links wechselt, irgendwie kriege ich davon teilweise eine schlechte Orientierung, weil ich nicht immer weiß, ob das jetzt richtige Richtung war oder nicht. Jetzt muss ich nämlich in diese Richtung. Dann hier runter. Und dann hier... Ne? Ja, genau. Diese Tür geht nicht auf. Und dann bis ans Ende laufen. Ah. Und dann hier raus. Und dann sind wir jetzt nämlich wieder oben im Hauptgebäude. Richtig, richtig. So, hier können wir jetzt auch schon relativ viel aufmachen. Können wir die anderen Tür auch schon aufmachen? Ne, das haben wir aber, glaube ich, auch schon ausprobiert. Ob wir diese Türen aufmachen können. Na, wo war denn dieser Raum? Der ist da. Der ist im Erdgeschoss. Der ist auch relativ auffällig. Lass uns da nochmal hingehen. Da waren doch, glaube ich, die verdammten Hunde, oder? Die uns aufgehalten haben hier unten. Sagen wir mal, vielleicht lieber eine Waffe nehmen. Vor uns vielleicht gleich wieder irgendwas dämlich überrascht. Und jetzt müssen wir hier... Hier lang. Ich sehe links auf einmal auch so viele graue Türen. Können wir die vielleicht auch irgendwo aufmachen? Guck mal. Wir haben auch theoretisch hier unten nochmal. Wenn wir hier komplett durchlaufen, ist da auch nochmal so ein grauer Gang, der nach draußen führt. Also eine graue Tür, die wir theoretisch aufmachen können. Da können wir jetzt auch nochmal lang gehen. Jetzt können wir nämlich die Tür rechts, glaube ich, aufmachen hier. Weil wir da nämlich durchgekommen sind, oder? Diese Tür? Ja. Okay, die waren nämlich vorher immer verschlossen. Jetzt geht die aber auf, seitdem wir sie von der anderen Seite aufmachen können. Wie viele Türen es hier auch gibt, die man halt nur von der einen Seite aufmachen kann. Gott, hier waren diese ganzen Hunde. Wollen wir die jetzt platt machen, oder wollen wir den nochmal vorbeilaufen? Das ist gerade mal eine Frage. Kann man vielleicht jetzt schon die Hundepfeife benutzen? Das brauchen sie jetzt nicht. Okay. Gegen Hunde kann man diese Scheiße nicht benutzen. Na, das ist interessant. Wir laufen einfach. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Die Kommode sah komisch aus, an der mir vorbeigelaufen sind. Ich glaube, da können wir auch noch irgendwas dran machen, aber... Weißt du was? Fick dich. Oh. Oh, ich dachte, das wäre schon wieder eine Zwischensequenz, weil sie irgendwie so direkt in die Kamera geguckt haben, ey. Manchmal sind die Kameraperspektiven auch echt komisch gesetzt. Ähm. Ja, ich hoffe, wir gehen jetzt nicht drauf, wenn wir jetzt hier gehen gehen. Weil ich glaube, hier müssen wir jetzt nämlich diese Hundepfeife benutzen. Gehe davon mal aus. Oh Gott, wenn nicht, gehen wir jetzt... Okay, das ist nur ein ganz normaler Hund, oder was? Ah! Okay, hier sind ein Haufen Hunde, plus da waren ganz viel Heilzeug und ein Benzinkanister, wenn man mit dem interagieren kann. Das ist noch nicht, was wir damit machen, außer dass wir vielleicht da eventuell dieses komische Ding vollfüllen können. Okay. So, was waren wir hier schon drin? War es das Bad? Ja, das war das Bad. Okay, damit sind wir, glaube ich, relativ fertig. Abgesehen von dieser Zwischensequenz, weiß ich nicht, ob sie da noch was reingestoppt haben. Okay, wir waren, glaube ich, noch nicht durch alle Räume durch, oder? Nee, wir konnten ja auch irgendwo da noch weitergehen. Was sind eigentlich diese roten, die rot markierten Räume? Bedeutet, dass es da noch Gegner gibt? Na, warum sind manche Räume rot markiert? Verbleiben, vollständig. Weiß, dass es da noch Items liegen, vielleicht. Rote Räume bedeuten vielleicht, dass da Items liegen, weil die nicht vollständig sind. Und das könnte durchaus sein. Warte mal, sind wir jetzt schon wieder hier unten, da wo die Inventarbox ist? Warum ist dann der Inventarbox dann auch schon wieder markiert, dass da noch mal irgendwas machen könnte? Okay, hier sind wir noch nicht lang gelaufen. Oh, fuck my life. Oh, das hat mich erschreckt. Hau mir das Ding in die Fresse, hau mir das Ding in die Fresse. Lauf, 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 lauf! Das ist doch knapp. Scheiß Kamera, scheiß Kamera, scheiß Kamera. Nein! Oh, fuck, Mann! Fuck, 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 diese... Piston-Kamera. Lauf, lauf, lauf! Oh, ey, das ist unmöglich. Unmöglich, dass die dich nicht irgendwie wenigstens hart hitten. Jetzt sind wir schon wieder so gut wie tot. Oh Gott, Leute, jetzt tötet der mich, oder? Egal, nicht ganz so schlimm. War ich fast gut so, weil wir haben so viel eigentlich an dem verschwendet. An Leben. Ey, diese... Ich muss doch mal gucken, wie ich mit dem besser umgehen muss. Ey, diese Kamera, entweder ich muss safe spielen, dass ich halt weiter weg laufe, dass die mich nicht gescheit attackieren können. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Äh, oh nein, 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 nein! Das ist der falsche Speicherpunkt! What are you doing? Äh, 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 Angst. An Angst stirbt man nicht, aber... Spiel laden. Ja, wir sind vorangekommen. Alles cool. Und das nächste Mal vielleicht nicht an so einem gammeligen Zombie. Ich bin halt auch immer so... Munitions... Es ist noch Kerosin da. Hier wollte ich ja gerade eh gleich nimmeln. Wir haben eigentlich noch nichts wirklich weitergemacht, oder? Irgendwie war ein Grätsel gelöst, oder so haben wir eh nicht. Wir haben eigentlich nur ein paar Sachen eingesammelt, aber... Okay, warte mal. Wenn das noch nicht abgeschlossen ist... Lasst mich mal Treibstoffkanister nehmen. Lasst mich raten. Man kann hundertprozentig den Treibstoffkanister daran füllen. Ah ja. Sie haben hier ein Kanister mit Kerosin gefüllt. Jetzt der... Ist der Raum jetzt abgeschlossen? Nein. Hm. Verstehe ich nicht genau, wieso. Was man noch machen könnte hier. Auf jeden Fall haben wir das hier Ding jetzt gefüllt. Treibstoffkanister. Ähm, das Speicherband legen wir erst nochmal hier rein. Und wir benutzen nochmal das erste Hilfescray. Das wir es gerade eben auch gemacht haben. Und jetzt fehlen halt jetzt noch ein paar Items aus den Räumen über uns, aber das ist eigentlich relativ... Egal. Ich bin nicht relativ verplant nochmal komplett alle Träume durchgegangen und versucht habe, die zu öffnen. War jetzt hier draußen noch den Zombie, den wir auch nochmal töten müssen? Ich glaube, ja. Oder? Ja. Boah. Dass der Penner keine... Geräusche macht, während wir... ...dastehen. Affel. Was machen die extra? Dass man das nicht sieht. Kameraperspektiven sind echt die Hölle hier. Aus der Hölle. Aus der spielerischen Entwicklerhalle. Ähm. Hm. Inventarboxraum ist theoretisch nur nicht fertig. Ah, fuck. Stimmt, das war das Problem. Dass man hier unten nicht mehr weiter konnte. Ah, guck mal, das ist aber auch markiert. Man kann jetzt nur noch von der einen Seite durchlaufen. Durchlaufen. Ah. Okay. Verstehe ich. Langsam bekomme ich eine Orientierung in diesem Haus. Und langsam bekomme ich auch einen Plan für diese Karte, wie das hier alles funktioniert. Das ist cool. Ähm. Aber da hinten war noch ein roter Raum. Da könnten wir noch rein. Ne, andere Richtung. Da war, glaube ich, die Kräuterkacke, die wir noch mitnehmen konnten. Und die sollten wir auf jeden Fall auch nochmal einstecken. Habe ich die danach eigentlich vorhin gerade nochmal weggebracht? Ich glaube schon, oder? Nein, wir sind mal auf dem... Ne, wir sind mal eigentlich nicht auf dem Weg. Na, egal. Ja, ja, stimmt. Das hatten wir nochmal weggebracht. Das war aber auch intelligent. Rotes Kraut mitnehmen, ja. Grünes Kraut mitnehmen. Ja. Und dann packen wir das jetzt mal in die Kiste. Ich will jetzt nicht nochmal speichern. Man hat ja überlegen, wie ich das mache. Das Problem ist halt, eigentlich würde ich gerade aufhören, weil ich relativ viele Folgen jetzt am Stück aufgenommen habe. Aber man kann halt nicht hier einfach F5 drücken oder einfach Spiel beenden und dann ist ja alles gesaved. Das geht hier so ja nicht. Vielleicht wird die Folge eigentlich auch... Na gut, wir haben jetzt 18 Minuten runter. Na gut, dann machen wir diese Folge jetzt ein bisschen früher Schluss. Wir wissen auf jeden Fall, was wir jetzt machen wollen. Wir haben jetzt glaube ich noch relativ viele Optionen, die wir machen können. Wir haben auch relativ viele Items, die wir in irgendeiner Art und Weise noch verwenden können. Und wir haben noch diese ganzen Räume mit den Hunden. Ich weiß nicht, ob ich die töten muss. Aber naja. Werden wir sehen, werden wir sehen. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal weiterspielen. Ich bin gespannt, was ihr alles in den Kommentaren geschrieben habt. Vielleicht habt ihr da ein paar sinnvolle Tipps für mich. Hoffentlich keine Spoiler. Spoiler möchte ich nämlich nicht sehen. Aber ja. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gebracht, hier rumzuretzeln. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gebracht. Und vielleicht hat sich das eine oder andere auch ein bisschen erschreckt. Und die Atmosphäre in diesem Spiel ist auch sehr... Auf eine sehr angenehme Weise unangenehm, würde ich sagen. Naja, ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal von Resident Evil 1 HD. Bis dann und ciao, ciao.